Das ist... also... ich bin sprachlos. Verdammte Scheiße nochmal, Nathan! Das ist für dich also sprachlos? Mann, wie lange die hieran wohl gebaut haben? Jahre, vielleicht Jahrzehnte. Wie konnten die das hier all die Jahre geheim halten? Es ist nur... dieser Ort, selbst ohne Schatz, ist das ein ziemlicher Fund. Das ist wohl wahr, liebe Freunde. Willkommen in Libertalia. Ich begrüße euch zur neuesten Folge von... Uncharted 4. Wir haben einen neuen Tagebucheintrag. Okay. Libertalia. Dann wollen wir uns mal umschauen. Aha, das ist wirklich schön gestaltet. Eine alte Schmiede. Halt, du räudiger Hund! Na ja, jeder fängt mal klein an, ne? Haben sie mit anderen Völkern gehandelt? Hm. Pferdeknochen. Sie sind noch angebunden. Als ob sie zurückgelassen wurden. Aber warum? Keine Ahnung. Vielleicht mussten die Leute fliehen. Oder sie wurden fortgebracht. Na, irgendwas stimmt hier nicht. Hm. Hm. Was ist hier wohl passiert, hm? Tja, man weiß es nicht. Meinst du? Na ja, du weißt schon nichts wert ewig, stimmt's? Ich mach hier Witze über verfluchte Piratenschätze. Aber nach all deinen Geschichten... Tja, die einfachste Erklärung ist meistens die richtige. Ähm, meistens. Okay. Was haben wir hier Schönes? Kneipe. Eine Spelunke. Ah. Wir haben wohl die Kneipe gefunden. Pirat bleibt eben Pirat. Hier ging's hoch her. Kaputte Tische, kaputte Gläser. Pirat bleibt eben Pirat. Ja, wir wollen uns auch ein bisschen umsehen hier, ne? So, eine Stadt findet man schließlich nicht alle Tage. Okay, was haben wir hier? Hm. Ein gutes Schlückchen oder eine Flaschenpost. Schade, dass er da nicht so sagt. Ein hübsches Bettchen mit Pickelpotter nehmen. Okay. Hier ist der Stall, da waren wir schon. Dann gehen wir weiter. Irgendein... Geschäft. Hey, sieh mal, es gab hier Familien. Ja, aber... Zur Hölle sind alle hin. Hm. Ja, die sind alle entführt, oder was? Ja. Entführt. Tja, ist dir irgendwas Schlimmes vorgefallen? Okay, da unten noch meine Piratenfigur. Avery, hab mich schon gefragt, wann du auftauchst. Nate, sieh dir das an. Ach, ich würde mich gerne in diesem Ding fotografieren lassen, wenn wir eine Kamera hätten. Hey, ich könnte dich zeichnen. Echt jetzt? Ja. Oh, nicht schlecht. Super getroffen. Okay, was ist hier? Okay, hier geht's nicht weiter. Ah, da kann man nicht richtig erkennen, was hier mal war. Hinterzimmer. Okay, da geht's nicht hoch. Dann gehen wir hier wieder raus. Okay. Weiter geht's. ins nächste Gebäude. Okay, eine Rüstung. Tja. Okay, hier können wir noch was entdecken. Okay. Noch ein Siegel? Nein, nicht soweit ich weiß. Vielleicht Angreifer? Diese Leute hatten bestimmt viele Feinde da draußen. Kann schon sein. Hm. Okay. Noch ein Gebäude. Da waren wir doch schon, oder? Das ist doch das, wo die Familie lebte. Gut. Wo geht's weiter? Hier die Treppe hoch. Eigentlich doch nicht. Da sind wir dahergekommen, oder? Wo geht's weiter? Da? Okay. Wo steckt er denn? Da hinten. Das ist erstaunlich, aber wie kommen wir jetzt zu dem großen Gebäude mit dem Turm? Tja, geht's doch hier lang, wa? Dann muss es doch hier lang gehen. Schauen wir mal. Wo geht's weiter? Wo geht's weiter? Geht's nicht lang? Hm. Auch nicht. Der Sam sagt doch immer einen Ton. Das muss doch hier weiter gehen, oder? Kann ich hier irgendwie drunter kriechen? Hey, Sam, komm her. Das kann was sein. Hier geht es lang. Sieht aus wie eine Art Versteck. Aber vor wem sollten Sie sich verstecken? Vor sich selbst? Eine Karte. Sieht aus wie der Grundriss des Handelsbezirks. Ja, und... Bäm. Da ist unser Schatzhaus. Hier ist der Turm. Was hatten die Kerle vor? Vielleicht wollten sie einen Tunnel graben. Da ist das Symbol wieder. Ja. Wenn das Symbol von Angreifern stammen würde, hätten wir es nicht in einem Untergrundversteck gefunden. Ja. Vielleicht gab's Ärger im Paradies. Geheimgesellschaften oder Rebellen. Wäre alles möglich. Hm. Tja, ja, ja. Aber wo geht's jetzt weiter? Hier hoch. Links oder rechts? Erstmal holen wir uns den Schatz. Ach, wie süß. Okay. Linkstaat, woher. Da kommen wir raus. Öh, Särger. Okay. Dann geht es hier wohl runter. Oh, wow, 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 wow. Okay. Dann schwingen wir uns mal hier rüber. Ich hasse diese Typen. Tja, das wird knifflig. Das wird knifflig, die hier wegzumessern. Da unten guckt da einer. Alter, wie soll das funktionieren? Okay, da kann ich runterspringen. Gucken wir mal, dass ich da gleich runterkomme. Na los, dreh dich um und dann... Ab ins Hohe, krass. Okay, hier geht's drunter durch. Tja, guck mal, ob wir den wegkriegen. Okay. Sehr schön. Tja, und wo? Da hoch. Tja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Hier geht's auch weiter. Jetzt haben wir mal die Frage, muss man die alle wegmachen oder kann man sie einfach umgehen? Ah, Mist, noch mehr Schorleiner. Der reiche Kerl hatte recht. Warte, das ist Zeit für eine ordentliche Bezahlung. Na super. Na super. Da komm ich doch niemals vorbei. Gibt's keinen anderen Weg. Gibt's keinen anderen Weg. Hey, Leute, wie soll das funktionieren? Scheiße, ey, Gott. Scheiße, ey, Gott. Oh, 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 oh. Oh, wow, wow, wow. Oh, wow, wow, wow. Okay, okay, okay. Nein. Ah, ah, ah. Ja, gepanzerte Gegner gehen nicht. Und jetzt ist Ruhe? Das ist ja... Auch nicht schlecht. Dann hüpfen wir schnell weiter. Das ist eine große Knappe. Ich hab dich. Tja, so ein Präzisionsgewähl ist immer Segen und Flucht zugleich, ne? Hier da unten. Scheiß Granaten. So. Okay, 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 okay. Siehst du noch welche? Oder sind wir sicher? Wir sind sicher. Alles klar? Ja. So etwas noch ab. Na dann. Das ging ja noch. Kondor. Oh, nicht schlecht, oder? Ah, das ist immer, wenn man immer wüsste, was einem noch so bevor steht. Der Sniper ist halt immer einerseits gut, andererseits auch immer eine kleine Einschränkung. Okay, 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 okay. Hier geht's weiter runter. Da. Da. Hier hab ich noch irgendwas gesehen. Ein Zettel. Wieder Lesestunde. Franklin. Ich bin mir sicher, dass ihm etwas zugestoßen ist, aber niemand traut sich darüber zu sprechen. Ich sage es ganz offen. Ich sage es ganz offen. Ich fürchte, es hat etwas mit den Treffen unter der Kirche zu tun, an denen ihr beide zu jedem Halbmond teilnehmt. Sie sind ein offenes Geheimnis, und wenn ich davon weiß, ist es gewiss, dass die Gründer auch Kenntnis davon haben. Ich bitte dich inständig, sag es mir, falls du irgendetwas gehört haben solltest. Matthew. Ja, früher hat man noch handgeschriebene Briefe verschickt. Keine WhatsApp. Wow, 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 wow. Okay. Ja, sieht so aus, als ob man da dran springen kann. Na los, Sam! Ist das Ding stabil? So stabil wie alles andere hier. Oh, okay, also, nein. Ist ja gut, ist ja gut. Komme schon. Okay. Da vorne sind noch ein paar. Ey, sch, ihr stürzt alles ein. Vorsicht, Mann! Du könntest das komplette Gebäude zerstören. Hey, hast du sowas schon mal gemacht? Nee. Ach, diese blöden Kerle. Okay. Hier ist nix. Alles im grünen Bereich. Ah, das gefällt mir nicht. Da ist man gleich immer so auf dem Präsentierteller. Tierteller. Ein Flug. Keiner gemerkt. Gut. Okay. Okay. Da oben. Und tschüss. Hm. Da oben. Und tschüss. Tja. Tja. Muss wahrscheinlich hier weiter. Ah. Bisschen runter. Das war gleich wieder abstürzen. Boah. Junge, Junge, Junge. Wir sind bald da. Okay, Männer. Bleibt wachsam. Hätten wir hier alles schön sauber für die Chefin. Ja, ja, die Chefin. Nadine. Okay. Da ist einer. Pass auf. Das ist ein Panzer. Da können ich denen jetzt wieder nicht alle hingeholfen. Mal gucken mal. Ah, Mann. Auf der Suche nach Deckung abgeschmiert. Ja, das ist eine Schrotflinte, die ich da ab. Ja, irgendeine Brücke ist eingestürzt. Sie müssen den Flug umfahren. Scheiße. Hier, sie sind hier drin. Ach, Leute. Ist doch scheiße. Hehehe. Okay, ich muss mich gleich feilen. Das ist eine scheiß Stelle hier. Irgendeine Brücke ist eingestürzt. Sie müssen den Flug umfahren. Sie sind bald da. Und die Pumpkernis aufpacken. Bleib wachsam. Hätten wir hier alles schön sauber für die Chefin. Okay, 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 okay. Hey, Nathan. Da drüben. Da drüben, da drüben. Ich glaub, da hat sich was bewegt. Vielleicht unser Hältchen. Das war's. Nichts. Alles gut. Kein Grund zur Beunruhigung. Alles gut. Kein Grund zur Beunruhigung. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Blöd. Oh. Da hab ich was Schwein gehabt. der nächste knack knack da oben ist auch noch wer da oben ist auch noch so ein lump ja ja Na jetzt. Klappt es aber gut hier. Hier oben hat er auch noch irgendwer. Oder? Was war das? Sehr schön. Sehr schön. Voll das Killerkommando hier. Okay. Jetzt muss ich mich erstmal orientieren hier. Ich weiß gar nicht wo ich jetzt lang gegangen bin. Da ist der Turm. Gar nicht mehr weit weg. Aber wo geht es weiter? Weiter hoch. Hm. Sam. Sag doch mal was. Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Da ist der Turm. Ei, 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 ei. Gerade haben wir jetzt hier nicht zufällig, die uns weiterhilft, oder? Hm. Okay. Mal sehen wo es weiter geht. Ja. Tja. Da sagst du was. Wo geht es weiter? Okay, da hinten. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaub schon, dass wir hier einigermaßen richtig sind. Irgendwo. Das sagst Sam. Ah, das ist echt ganz schön gemacht, dass man hier auch ein bisschen Hilfestellung bekommt. Gut. Na los, fertig? Fertig. Na gut. Und hops. Danke. Okay. Tja. Vorsicht. Da geht's tief runter. Ja, ich seh's. Okay. Okay, 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 okay. Oh no. Runter. Gehst du hier. Okay. Oh, Mist. Oh. Puh. Puh. Pass auf, wo du hintrittst. Ganz schön heftig. Ja. Ja, da muss man schwindelfrei sein. Okay. Ist doch alles so schön schief hier. Tja. Wo geht's weiter? Wer hängt da noch auf halb neun? Hier drinnen. Was zum hochklettern? Ach, eine Leiter. Eine Leiter. Die Leiter ist in der Mitte kaputt. Das passt schon. Weiter nach oben. Oh, das passt schon. Wie geht's dir da hinten? Ist ne super Aussicht. Fast geschafft, Sam. Hüpft wie so ein kleiner Affe. Kann doch im Zirkus auftreten. Noch einmal schwingen. Und. Ah, ist das auch das Richtige? Puh. Ah, hier kommen wir wohl nicht rein, ne? Geht doch, großer Bruder. Willst mithalten, hm? Hey, vergiss nicht, wer dir das beigebracht hat, hm? Du kleiner Hund. Okay. Meine Güte. Hier geht's rein. Okay. Okay. Was jetzt? Mach einfach, was ich tue, okay? Und. Super. Ja, so in der Art. Die kleinen Lähnmuren. Die Mieten sind hier bestimmt nicht günstig. Aber kein Wohnhaus. Was denkst du? Irgendein Verwaltungsgebäude? Vielleicht. Vielleicht hatte Libertalia einen Finanzausschuss. Vielleicht haben sie Steuern gezahlt. Wer weiß. Hm. Okay. Hier geht's drunter. Durch die Dornen. Wow. Hei-nige Scheiße. Ja. Wir sind in den Scheunendien, zumindest ein paar davon. Verdammt. Kanonenprovisorische Barrikaden? Was zur Hölle ist dir passiert? Irgendein Kampf. Ist mal ne rhetorische Frage. Nö. Die Frage ist, wer bekämpft wen? Und warum? Auf jeden Fall muss das mal sehr prächtig ausgesehen haben. Wir müssen mit Sam reden. Und hoffentlich hat es nicht geklappt. Das wäre ärgerlich, wenn der Schatz nicht da ist. Man, das ist beeindruckend. Das ist noch untertrieben. Ein Hebel. Alles leer. War ja klar. War das Rave? Nein. Hier wurde seit Ewigkeiten nichts angefasst. Stimmt. Also. Hinweise suchen? Ja. Hinweise suchen. Tja, die Hinweise suchen wir natürlich in der nächsten Folge, liebe Freunde. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen oder einen Kommentar da. Und ich freue mich auf euch bei der nächsten Folge. Und bis dahin sage ich auf Wiedersehen. Tschau und Adios. Und adios. a a a a A a